Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge, ich muss mich ganz schnell beeilen, deswegen werde ich jetzt direkt Panos suchen und den töten, denn er ist einfach nur ein Lutscher. Jetzt fahr weg du Schwuchtel. Was würdest du mit dein kleines Pistölchen da machen gegen mich? Willst du jetzt wirklich dich gegen mich anlegen? Glaubst du mir, meine Pistole, die macht dich fertig, besonders wenn Casper sich mit seinen Minigern... Ja, dann komm, dann hol Pistole raus und dann holst du mich mit Pistole. Ja, komm, wo bist du? Hier, oder wir schlagen uns. Ja, okay, wir schlagen uns. Das ist der SMG. Oh Mann, ey, dumme Hure. Du, ey, auf diesen Zerber gibt es nur eine, dumme Hure, und das bist du. Alter, die Kache ist voll auf. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, du Schwuchtel. Was ist die Kache? Hammer geil. Wie heißt die? Oh, oh. Phönix. Alter Vater, ey, alter. Ich mach... Casper? Komm mal her. Boah, Pusti ohne Spaß, Mann, wir haben 1 gegen 1 gesagt. Ja, ey, warte, ich guck mal, Ehebend Panos, 152er Level, ich level 11. Och, komm, jetzt heul doch nicht. Warte, da muss ich erstmal mal Abonation gehen kurz, dann komm ich. So, warte, Granatenwerfer hab ich jetzt gekauft, jetzt kau ich mir noch Granaten und Sticky Bombs. Mododorf-Cutades. Ey, Griechen, das sind der absolute... Mann, du bist gestorben. Ja, der Polizei hat mich getötet, trotzdem bist du in Toto-Mulchi. Ja, Gott, jetzt geht's los. Boahm, Junge. Komm, wo bist du? Da bist du, Herr Schand. So. Du musst hinter mir jetzt grad kommen, du Lappen. Nein, Mann, wie... Ja, Hauptsache mit dem Karabiner, ey. Anstatt, dass du dir die Pistole holt... Ja, okay, hab mir das Pistole. Du hast schon mehr Leben an der sich. Hey, wer sagt das? Hä? Maximale Gesundheit hast du bestimmt auf Maximum. Jetzt gibts auf die Fresse. Ja, siehste. Ich kämpfe hinter ne Mauer und heiß Panos und bin Grieche. Deswegen ist Griechenland bankrott. Erstmal die Griechenland mit reinziehen. Ohne Spaß, Mann. Seh dir die Griechen rein, dann plasst du einfach wie aus dem Keller. Wer ist das hier vorne? Delta. Okay, also weiter. Das ist Panos. Jetzt sieh ich auch noch. Nein. So, und jetzt gucken immer, wo der spawnt. Und den jetzt permanent fertig machen. Ohne Spaß, das ist alles spawnt. Oh Mann, das ist jetzt keine schöne Aufnahme. Gut, da ist die... Das wird ne schöne Aufnahme, wenn die Zuschauer sehen, dass du dauernd drauf gehst. Die werden sich freuen. Komm jetzt. Ja, puh. Digga, erlebt doch. Warte, warte. Gleich nicht mehr. Juhu. Du bist jetzt dran. Die wollten ein Foto machen. Ne, 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 Junge, Junge. Gib mir doch die Chance. Ne, ich kann's weiterfahren. Alter, du bist doch so ne Pussy. Du bist so ne Pussy. Der ist Trautung rein, da bin ich sicher. Okay, warum er laufe einfach so leise? Keine Ahnung. Weil wir konzentriert sind auf Panos. Oh, jetzt werde ich sterben, dann haben die schon wieder mein Auto. Alles klar. Jetzt gibt's Prügel oder was, oder? Jetzt hat er mich gehabt, jetzt. Er schwar fett aus, oh fuck. Sperrt sein Haus ab. Mann, wo ist so ein scheiß Auto? Alles in die Garage. Boah, Alter, ich hab noch knapp für mein Adder, um den wiederzuholen. Wegen den verkackten Bullen, die Zigeuner. Mann, 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 jetzt mach hin. Okay, ich hatte vor einer Stunde noch 140.000, jetzt hab ich nur noch 6.000. Das kleine Kämpfe geht's nicht mehr kriegen. Ja, das sind die Griechenleute. In sein Haus barrikadieren. Großes Munddeck haben, nicht rauskommen. Ja. Jemanden töten und dann abhauen und sich irgendwo verschärfen. Was ist denn, als ob die Mafia jetzt besser ist? Die Mafia? Hast du gerade Mafia gesagt? Ja. Also, du weißt gar nicht, was die Mafia mit dir anstellen würde. Mit so einem Griecher wie du. Beste, Mann. Hier kommen die nie mehr Geld geben. Jetzt wollte ich gar Lindy umbringen. Ich überleg gerade, ob ich das machen soll. Mach Lindy, auch, auch, auch. Was, ihr wollt Lindy umbringen? Ach, ne, komm. Lindy hat uns nichts getan. Dieser Plan ist nicht sterbend. Auto aufpassen. What the fuck? Mann, ey. Volby, willst du sterben? Willst du sterben? Das war nicht extra. Ja, dann dreh doch mein Auto links hier um. Ja, okay. Warte, ich geh hier weg. Panos, komm raus. Sonst wird die Aufnahme nix. Ich soll in dein Apartment kommen. Du sollst rauskommen. Ja, komm eins gegen eins. Ja, komm, du zu mir. Du bist ja noch zu mir. Warte, warte. Ja, warte. Steh doch. Steh doch. Junge, Junge, Junge. Hä? Hä? Ja, die Polizei hat mich überfahren. What the fuck? Bei mir ist hier gar keine Polizei. Bei mir auch. Warte. Ja, dann müsst ihr euch die Aufnahme anschauen. Die Polizei hat mich gerade überfahren. Bei mir steht dein Auto senkrecht im Boden drin. Und jetzt fährst du dann. Panos, ich warte hier auf dich. Delta, Delta, wie siehst du mich? Normal. Du fährst normal rum. Ah, boah, mit Kofferraum auf. Nein. Der von hinten. Volpi sieht mich irgendwie im Boden, hat er gesagt gerade. Ja, ich seh den senkrecht im Boden rumfahren. Dein Kofferraum hinten ist auf. Leute, jetzt nochmal. Und du fliegst damit. Aber jetzt ist hinten bei dir das schwarze hoch. Panos, du Schwuchtel. Komm raus da. Ich mach dich kalt. Hauptsache, der erwähnt die Mafia. Ich hatte ne geile Idee. Hier. Die Mafia würde sich bestimmt nicht da drinnen barrikadieren. Oh, jetzt ist der Kopf auf der Klappe geflogen. Ja. Hier kommt was hin. Da kommt auch noch was hin. Ich hab mir erst mal ein neues Aparten. Ich hab mir gar nicht mehr wissen, wo ich bin. So, jetzt hab ich erst mal. Ich finde aber, so sieht der cool aus. Komm raus, Panos. Bist du, Mann? Sieht der aus wie so. Oh, was für ein Hohemann. Weißt du, von woher ich bin? Rencar oder so. Oh. So, ja, jetzt bin ich glücklich. Jetzt bin ich glücklich. Trotzdem steht es 9 zu 4 für mich. Wie viel? 4 zu 4. Ja, es ist ja 4 zu 4. Du wirst jetzt bestimmt nochmals bohren. Wenn ich 5 habe, dann... What the fuck, er schießt auf mich. Ich ziehe irgendwie grad voll fest. BAM, Junge. LOL. BAM, BAM. Komm, 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 komm. Du homo. Nein, Balbi, was hast du gemacht? Ich hätte den jetzt so leicht erwischen können. Ihr Bastarde. Maaann, ey. Diese Polizei geht mir auf den... Mann. Wir sind bei 8 Minuten, Leute. Sollen wir eine Mission starten? Ich lade alle ein. Okay. So, Simeon, Einladung, Reich, Enrichment. Leute, Panos. Nein, ich sehe mich schriegen. Nein, ich sehe mich schriegen. Komm, das machen wir. Leute, ich lade alle ein. Okay. Bitte alle nicht Panos rüten. Wir können auch Rennen fahren. Rennen? Bist du sicher? Ja, da gibt es ein cooles Rennen. Das nennt sich Sprünge, Sprünge, Sprünge. Nee, das mag ich nicht. Ja, das ist doch mal geil. Ach komm, mehr Leute, das ist eh lustiger dann. Ah, nee, nee, das haben wir schon mal gemacht. Da, wo ich immer gewonnen hab. Ja, das machen wir danach. Kommt erstmal alle zu mir. Du hast mich beigeladen, oder? Doch, eben. Jetzt dann nicht. Oh, jetzt muss ich sogar Geld für Läster bezahlen. Aska kann wieder nicht beitrücken. Bestimmt, weil du Grieche bist. Ja. Richtig. Oder weil du Panos heißt. Stromrechnung, die ich bezahle. Weck dich. Aska, dass die Polen besser sind. Können wir? Und unser Land hat noch Geld. Ja, ich glaub, es geht. Ich starte einfach mal. Panos wird das nicht backen kriegen hier. Panos wird überbewertet. Weck dich, die Polen genauso. Du bist Pole? Halb. So, wer nimmt mich mit? Warte, der ist ja mein Auto. Oh mein Gott, mein Auto ist unter der Brücke. Und mein Auto ist über die Brücke. Und ich komme da wahrscheinlich nicht hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mann, ey. Was ist das für ein scheiß Spawn-Ding hier? Sorry. Ich hab gerade erst mal das Team-Leben draufgewixt. Ähm, wer fährt schon los? Ich komm gerade hier runtergefahren. Ne, ne, ne. Ich bin ja schon hier... Ne, doch. Ich kann nicht runter. Du musst mich abholen. Du bist ja unten jetzt. Ne, ich bin ganz unten. Ja, warte, ich bin jetzt... Oh, Junge. Darf ich fahren? Boah, Junge war das knapp. Ne, das war nicht knapp. Der hat dich voll erwischt. Leut. Deck erst mal ein. Ich dachte, ich hab nur noch ein bisschen Leben. Ich fahre mir erst mal meinen Sand King und dann können wir los. Ähm, könnt ja hacken. Warum hacken? Was willst du mit hacken? Ne, nicht Spiel hacken. Hier, hacken im Spiel. Ja. Ich kann's nicht. Das ist überhaupt nicht. Deswegen ist er sogar schon da. Ne, 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 ne. Warte. Wir machen das alles zusammen. Du willst erst das andere Auto und brauchst doch kein Sand King. Warte. Na komm, fahr mit meinem Auto. Fahr mit meinem Auto. Mann. Ja komm, ich fahr mit deins. Warte aber da. Was? Nichts machen. Das ist ne Aufnahme. Die Leute wollen wissen, was wir machen. Und nicht einfach hier irgendwas. Wir kommen an und alles ist geschehen. Um und rumwacken. Jetzt bist du auf dem Golfplatz. Jetzt bist du ins Wasser gefahren. Und jetzt sind wir wieder auf der Straße. Gern mal eine Verbindung, ne? Du musst fahren. Fährst du gerade? Läuft. Okay, bei mir waren wir gerade unter der Map. So, ja, dann geh mal hacken hier, Balbi. Okay. Ich bin schon gerade dran. Okay. Achso. Wir müssen uns ansliegen mit dem Granatenwerfer. Mach Granatenwerfer weg. Wenn wir alle sterben, dann kriege ich einen Anfall. Will das Ding mich gerade verarschen? Mach keinen Scheiß, Balbi. Ich mach nichts. Mach mal weg. Hol doch eine einfache Pistole oder so. Warum musst du immer wie Panas spielen? Bei mir lag das gerade voll. Bei mir geht das gerade voll schnell. Lass mal an mich versuchen. Ich hab das schon mal geschafft. Ich schnapp mir die weiße Karre. Nee, 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 nee. Warum nicht? Deswegen. Hier sind doch so viele Karren. Achso, okay. Dann nimm ich mehr die hier. Die weiße braucht man gar nicht. Scheiße. Er kann sich auch mit meinem Adder fahren. Dein Adder steht voll im Weg. Ja, wer ist dann gefahren? Achso, ja, hast recht. Kasper, ich häng dir im Nacken. Du musst immer die Kops abhängen. Ja. Junge, warum hab ich Sterne? Ähm, weil wir gerade irgendwo eingebrochen sind. Würde ich mal sagen. So, Sterne müssen gleich weg sein. Mal gucken, wo wir hin müssen dann. Oh, ne, da vorne ist Polizei. Achtung. Oh, das kommt auch in der Polizei. Sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen. What the fuck. Wow, hier kann ich ja nicht weg. What the fuck. Man, die Polizei hat mich gesehen. Ich dräng die ab. Man, diese Polizei geht mir auf den Senkel. Alter, Alter. Boah, ich bin... Alter, wie lange dauert das, bis die Sterne wechseln? Ja klar, jetzt fahr ich auch noch die Brücke runter. So, jetzt stehe ich immer seitengasse drin und warte da. Ich bekomme die Polizei nicht weg. Hier steht gerade seitengasse drin und warte, warte, warte. Und ich bin noch im Highway und komme ja nicht mehr runter. Okay, vielleicht habe ich es jetzt. Ne, ich fahr schon mal zum Autohaus. Okay, ich hab sie weg. Oh, ja komm, ich fahr rückwärts in dem Auto aus dem Hof raus und lande gleich direkt wie ein Stern. Ja, muss aufpassen, die Autos sind geklaut, ne? Ich dachte, sie werden geliehen. Oh, Junge, wenn... Ich hab sie weg. Ein Kilometer siebzig. Eins siebzig. Oder so weiter der Art. MC Gurke ist jetzt offline. Du kennst MC Gurke? Boah, du bist ja geiler, als ich dachte. Nein, Alter, das darf nicht wahr sein. Polizei. Ja, ich hab jetzt wieder Polizei. Alles geschwollen. Okay, also nicht ausgeliehen. Unsere Zuschauer haben es jetzt gerafft. Und wette, ich komme hier mit der Karin nicht mehr raus. Warte, ich bin grad bei dir. Vielleicht kann ich dich irgendwie rausholen. Wer ist denn das hier? Ach, der ist... Oh, ich bin ja ganz weit hast. Ja, ich fahr mal zu dem. Nee, 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 okay. Ich krieg den hier raus. Auf jeden Fall, nur noch ein Kilometer. Mach die Hooper weg, Junge. Bobby will sterben. Bobby will sterben. Tschüss. Tschüss. Have a great day. Delta, du machst alle Autos kaputt. Ich weiß. Verkaufen sie Drogen? Holy fuck. Alter, wie bist du schnell hier hingekommen, du? Er hatte die Polizei schneller als Bier weg. Wir sind uns doch grad entgegengekommen, ihr beide. Nein, ich bin halt der Delta. Bei mir leckte die ganze Zeit durch die Kiel. Ach so. Ja, bei mir ist die Mission immer noch nicht jetzt zu Ende. Ja, wenn du dann auch nicht richtig geparkt hast. Fahr mal weg, da Bobby. Ja, warte. Jetzt, oh, jetzt hab ich wieder Kopf am Arsch hin. Pff, ich versteck mich dabei. Erst mal bei mir einsteigen. Oh, okay. Ich merk, die Mission doch braucht ein bisschen länger als sonst. Nicht, dass es noch mehr Wagen gibt in der... Nee. Nee, nee, es gibt nur die zwei. Bring die Autos zurück. Ja, die sind dann wohl fertig mit der Mission. Wird was fragen. Guck mal, ob du das Auto richtig hinstellen kannst. Alter. Springt der bei mir raus. So. So, jetzt endlich. Too easy, ich muss dir so viel machen. Wir haben's geschafft. Boah, 1200. Du wolltest also ein Rennen gegen mich machen? Ein Rennen würde ich euch alle einladen dann dazu. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen uns hier... hier raus und in der nächsten Folge... Mal gucken wir ja, ob der Dingswit kommen kann, der... Panos? Panos, genau. Äh, das lohnt sich, weil Panos nicht. R und Rennen, das ist ne Kombination, die nicht geht. Oh, ich kann, ich kann noch beitreten, ich kann jetzt zuschauen, mein Job geht jetzt. Alter, wir schreiben Chinesen, das ist ein Bullshit bei Story. Und auch, Player. Okay, dann versuch von... Und versuch dann von hier es zu finden. Leute, was machen wir jetzt? Warte, stopp, 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 stopp. Erstmal beende ich die Aufnahme. Bis nächstes Mal, Leute. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.